das war ein kackvogel das war das war so ein richtiger so ein richtiger scheiß kopf er kommt jetzt noch mal der drama wenn ich da rein geht da rein der drummer kommt das interessiert den gar nicht ich wollte überhaupt nicht ich habe meine ich stelle mal ein rolli die ausgangsposition auf jeden fall eine bessere jetzt kommst du nicht und der kommt wieder hinter mir ach du scheiße der haut auf meinen eumel auf dein eumel haut ja mein geschützi der mag keine geschütze passen wir auf wenn er ihr es jetzt sieht können wir ihn aber schön beballern ja der mag keine geschütze ja 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 Auaaa. 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 Da ist immer ein Schafi-Schutz. Irgendwo ist da ein Schafi-Schutz. Oh nein 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 nein. Du bist jetzt Wahnsinn. Das hat doch denjenigen hier runter gesprungen, der Ape. Aua, 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 Aua. Geh doch in Deckung, du Arschloch, Mann. Kannst du mich holen? Bist du down? Ja, ich... nicht ganz. Ich muss erst mal den Typen erledigen. Der hat nämlich nur noch einen Balken. Ja, mach den weg und dann hol mich. Ja, der ist weg. Warum auch immer. Komm mal, stell dir rüber. Ich sehe nämlich noch einen. Genau gegenüber. Guck mal, der guckt jetzt nach oben. Siehst du den? Schieß den ab. Den meine ich nicht. Den anderen. Der kommt jetzt die Treppe hoch. Links. Links. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn. Okay. Danke, dass Sie den Sünder einschaft haben. Sie können zurück zum Echo. Meine Güte. Sie können zurückkommen. Gefahr neutralisiert. Sehr schön. Super. Ich bin total fällig. Sind sie doch? Da unten ist noch der Dicke, sein Blutzeug. Ich bin total alle. Geht das schnell hier? Ich habe ja keinen gesehen. Das ist so ein Schöner. Oh, ein Waffelkoffer. Ich kam noch nicht mal dazu, irgendwie meinen Snipey rauszuholen. So, wir müssen jetzt da oben hin. Da oben. Sie. Sie. Ja, die kommen ja schon. Agent. Ja, ich... ...Egente auch was. Und EGente hier. Total EGente. Dann da hoch. Oh, da ist ja noch was. Ach. Da ist entdeckt. Holmone ist immer gut, ne? Ja. Ach ja. Warum rennst du jetzt schon wieder dran vorbei? Ja, weil ich was einsammeln muss. Mann. Warum rennst du denn schon wieder? Das sind immer die dumme Fragen. Wie so ein Burger, ey. Ich muss alles mitnehmen. Alle Kalorien. Wie so ein was? Was ist denn für ein Burger? Was redet die Frau da? Jetzt geht's los. Guck mal, sie ist ja am Sammeln wie so eine Doofe. Wo geht's denn hin? Na, nach oben. Ja, da geht er. Ja, du bist doch hier am Flöppen, ey. Hier ist er, da oben. Du hättest doch die andere Seite hochgehen können. Da oben, da oben, wo die Geister toben. Ah, hier ist ein Echo. Bin am Echo. Ja, warte doch mal. Einen Teil haben wir fertig, jawohl. Den dreien in der U-Bahn. So, da bin ich wieder. Ja. Oh, warten Sie mal, da liegt noch was. Okay, den einen Teil können wir jetzt abschließen hier. Sprengfallen haben wir fertig. Jetzt kommt der nächste Part. Also der hier. Ja. Wieso, den hier? Den müssen Sie abschließen, den linken. Untersuchung abschließen? Untersuchung aktivierter Sprengfallen abgeschlossen. Bommen die nächsten zwei. Nehmen wir den hier. Okay. Großer Chemikalientank. Ja. Untersuchung ausgewählt. Großer Chemikalientank. Dann suchen wir den. Protheus hat Chemikalien transportiert. In den falschen Händen könnten Sie für Sprengsätze oder Chemieangriffe verwendet werden. Das mag ja sein. Sichern Sie diesen Tank. Heiß, Sir. Wo ist er denn? Nach ihm. Wohin denn? Rechts oder links? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal hier. Derselbe Gebiet wie gerade, ne? Falt nur ein Tank, ne? Oh, jetzt kommen wir wieder. Tü, 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 tü. Ich liebe dieses Geräusch. Jetzt hat noch nicht mal ein Hinweis. Wo das sein soll. Er kommt später. Oh, hier ist eine Kiste. Hier ist Spezialmon. Ja, ich könnte mir ja gleich schon. Kann ich nicht nehmen. Scheiße. Hast du schon, ne? Wo müssen wir denn hier ziehen? Ich bin nach unten. Ich bin nach unten. Oh, das ist... Bauchig. Oh. Oh. Oh, ein Schlüsselkasten. Ich sehe nix. Schlüsselkasten. Ja. Schlüssel der Hyäne aus, habe ich gekriegt. Okay. Wo müssen wir hin? Einfach mal hier runter und dann in den Hauptraum. Nach dem Schamekalientank auf dem Bahnsteig suchen. Wo war denn der Bahnsteig? Oh, noch ein Schlüsselkasten. Oh, 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 oh. Moment. Äh, ich will auch. Oh, Hyenas. Okay. Ach, da hin. Wir müssen mal hin. Okay. Jetzt ist es. Die Verzweifelten wird das dann auch angezeigt. Will die Verzweifelten, Herr Hoxton? Ich ja... Äh, ne, Moment. Wo willst du hin? Das ist ja gut. Wenn du zum Zugangsterminal freischalten, scheiße. Ja, hier kommen wir nicht weiter. In der Zugangsterminal. Kann nicht weiter weg sein, ne? Na, hier oben. Das Zugangsterminal-Kontrollraum, kommst du hier rein? Äh, natürlich nicht. Das ist nicht... Muss man irgendwo was aufschießen wieder? Ich hab keine Ahnung. Wir sind ein bisschen überfracht. Oh ja, oh ja, oh ja. Also hier kommen wir jetzt wieder nach Runtan. Oh, 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 oh. Herr Hoxton, kommen Sie mal zu mir. Ich hab hier Freunde für Sie. Ja, genau. Oh, diesen Weg. Immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann einmal roundabout und dann sind da Ihre Freunde schon. Ja, wo sind Sie jetzt? Ich bin hier nicht alleine. Hier sind Ihre Freunde, passen Sie auf. Verstecken Sie sich am besten so ein bisschen. So, und dann gehe ich da rüber. So, und da muss irgendwo der Chemie, Chemie, da ist er doch. Da ist er der Chemie, wo der draufstehen, ne? Ja. Geschützi? Aha. Sie sagen, wenn es losgeht. Und zwar 3, 2 und 1, Geschützi. Jawohl. Und Rolli. Rolli hinterher, jawohl. So, alles down. Chemikalientank entdeckt. Die Outcasts haben den Tanktransport bereit gemacht. Wenn Sie die U-Bahn zum Laufen kriegen, haben Sie eine direkte Verbindung nach DC. Na bravo. Ich lass mal Geschützi hier oben stehen. Mal schauen, was wir hier machen müssen. Wir den ist kaputt schießen hier, das Gelbe. Ja, ich schieße mal drauf. Moment. Ich bleib mal hier oben. Ja, machen Sie mal. Eins. Zwei. Dann muss ich das abschießen. Ach, du Scheiße. Der Rudd ist da. Der Rudd ist da. Man muss auf den Tank schießen? Ja, ja, jetzt ist aber der Rudd. Der will nicht so wie er will. Oh, hau ab, ey. Ah, hau ab, ey. Ich hab den Stoff in der Luft entdeckt. Wissen Sie, dass wir kommen? Ah, hau ab. Boah, die sind von vorne überall, ey. Ja, der Rudd, der kommt hier zu mir. Ah, ey. Ich hab hier in der Schmiedbrune. Jawohl, der Rudd ist da und die ist over. Das war so unkritisch. Das war knapp. Ja, das war sehr knapp. Ich sehe hier gar nichts. Boah, ich sehe hier gar nichts, der Hobson. Sehen Sie noch was? Schmeiß mal eine Granate. Ja, hab ich auch jetzt gerade gemacht. Boah, der ist aber hartnäckig, der lila-blaue Nebär. Schmeiß mal Rolli. Ich schieße sie auf mich, ganz gemein. Ganz gemein. Rolli, schmeiß ich auch. Ach, mein. Was ist denn los? Das ist wohl hektisch, ey. Schieß auf den Tank. Ja, gut. Erster Tank geht jetzt bei hoch. Okay, erster Tank ist weg. Zweiter Tank. Nimm ne, nimm ne Dings. Nimm ne Schrot. Ich hab keine Schrot. Zweiter Tank ausgeschaltet. Giftstoff in der Luft entdeckt. Na toll. Danke, dass Sie sich um die Tanks gekümmert haben. Leider ist dabei Gas ins Belüftungssystem gelangt. Na super. Jetzt? Ich sammle mal ein bisschen was ein hier. Reicht sichern hier sind noch welche? Lokale Stromnetz beeinträchtigt. Diese Sprengfalle hat das Stromnetz lahmgelegt. Ohne Strom können wir das Gas nicht ableiten. Oh nein. Wir müssen das Stromnetz weg. Ja, ja, ja. Aber ich sammle erst mal ein. Ich mach keine Hektik hier. Ich sehe hier noch ein elektronisches, äh, mobiles elektronisches Gerät. Ich muss noch ein bisschen was einsammeln hier. Ah. Wir sind, glaube ich, ein bisschen außer... Wir beiden, bleib mal da oben, wo du bist. Ja. Ach, stopp. Hast du auch in der U-Bahn mal reingeguckt? Nein. Hat sie nicht. Welche U-Bahn? Brauchst du auch nicht reingucken, da ist nichts. Ah. Da ist eine U-Bahn, ne? Ja. Doch, da ist was drin. Sagen Sie noch nicht so weit. Blöpp. Interagieren hier kann man sogar aufmachen. Guck mal. Ist das. Nix. Guck. Ach. So, hier geht es wahrscheinlich weiter. Hm, mhm, da ist auch noch was. Haben sie da nicht gesehen? Was denn los? Was denn los? Was denn los? Was denn los? Bin vor lauter Schächten, keine U-Bahn, wer oder was? Weißt du, sie sind jetzt lustig, oder was? Ja, ich bin einlustig. Nee, sie sind nicht lustig. Okay, wir gehen jetzt hier rüber und wieder raus. Hier ist ein Spezial-Mohn, warten Sie mal, ich licht da mal auf die Pistole. Kann man Spezial-Mohn auf die Pistole? Ja, klar. Ehrlich? Ja, ich lade mal immer alles nach, damit ich alles schnell im Wechsel hab. Aber danach. Nee. Ich hab ja auch meine Fähigkeiten auf die Spezial-Spitze-Spitzole gesichert. Ich möchte gar nicht, Spezial-Spitzole? Oh. Ja. Sie hat also eine Spezial-Spitzole. Sie hat keine Pistole, sie hat eine Spezial-Spitzole. Ja, eine Spezial-Spitzole. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen nach dem Kontrollraum. Ja, die laufen auch total verkehrt. Achso. Der ist da hinten, weißt du? Du bist ein Blindfisch, ne? Ja, aber jetzt ist der Marker, jetzt ist der Marker gekommen. Ein Blindfisch von dem Herrn. Für die Blinden und die Tauben kommt dann so ein Marker. Und jetzt? Ja, ja, ja. Komm, sie wird. Hallo? Oh. Hallo? Wo sind sie jetzt schon wieder? Ich bin da, wo ich hin soll. Ach, er hocks wieder. Aber sie nicht. Wo sind sie denn? Ich komme jetzt zu ihnen. Sind sie sicher? Oh, frisst. Ganz oben? Oder hier unten noch? Da, wo die Geister toben. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben, wo die Geister toben. Aha! Ich kann was öffnen. Warten Sie, ich kümmere erst mal. Ja, dann kommen Sie mal ran hier. Ja. Ah, da steht Control Room drauf. Auf Gott. Darf ich? Ihnen zur Seite stehen hier? Guten Tag. Guten Tag. Okay. Oh, hier ist auch noch was zum Öffnen. Nein, tun Sie nicht. Einer von Ihnen hat gesagt, Sie wollen die Signale mit dem Shape-Server abschirmen. Ich mache mal eben, ja. Warten Sie mal, warten Sie mal. Hier sind noch ein paar Türen zu brechen. Warte doch. Ja, aber wenn Sie das jetzt anmachen, vielleicht müssen wir da rein. Stromnetz ausgefallen. Ich mache jetzt hier... Hast Sie schon gemacht? Stromnetz ist definitiv tot. Finden Sie heraus, wie das System verkabelt ist und starten Sie es neu. Wir gehen ein Kabel durch die Türen. Mach mal auf. Guten Tag. Ähm. Hier geht ein Kabel lang zu irgend so einem Schalter. Ach, hier ist eine Sicherung. Okay. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Hier geht aber noch ein Kabel lang zu einer anderen Sicherung wahrscheinlich. Ja, hier ist A. Hier ist D. Wir tun uns B. Ähm. Ach, gucken Sie mal hier. Hier wird jetzt A und C angezeigt. Was heißt das jetzt? Das ist A zuerst oder C zuerst? Ich mache mal A zuerst. Gucken Sie mal. A ist... Okay, dann mache ich mal C. Ich gehe mal auf die andere Seite hier. Okay, dann suche ich mal C. Aber C ist doch hier. Ich mache schon. C. Achso. Das sah gut aus. Bis jetzt ist nichts passieren, ne? So. Kommen Sie her. Terminal benutzen steht hier. Ich mache schon. Okay, war falsch. Oder? Oder? Stromnetz wiederhergestellt. Ah, war doch nicht. Da Sie wieder Strom haben, können Sie die Tunnel lüften. Zulaufsilo suchen. Okay, wo ist das Zulaufsilo? Die sind so rein hier. Ah, ein Suchspiel? Wie toll. Ihr? Herr Hoxton, wo ist das Zulaufsilo? Ja, Sie sind... Sie sind ja pfiffig. Ja. Bleiben wir zusammen? Sind Sie unten? Nee, hier sind sie. Was? Bleiben wir zusammen. Ja, wäre besser, ne? Hm. Wir suchen jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach los zum Suchen. Wir gehen jetzt suchen? Wir gehen jetzt suchen. Was ist, wenn jetzt ganz viele Gegner kommen? Deswegen sind wir ja zusammen. Ach ja, genau. So, hier ist der Pilipoff hier. Wir müssen nach hinten hin, sehe ich gerade. Wir sind in dem Bereich eigentlich, in dem wir suchen müssen. Sehen Sie ja, ne? Ja. Dann suchen wir mal das Zulaufsilo. Das muss ja irgendwo sein. Ah, irgendwo. Jetzt scheint es aber... Irgendwo, wo wir nicht reinkommen. Hier geht's runter. Ich gehe mal runter. Ja, ich weiß nicht. Da verlassen wir das aber alles, glaube ich. Ah, ich habe wieder einen Schlüsselkasten. Ah, sehr schön. Schuhsang. Hauptkast-Schlüssel. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, hier ist ein Schlüssel der Outkast. Ich habe drei. Er macht einfach. Wollte das so abgleichen, dass nicht einer... Ah ja, hier ist ein Zeichen. Ja, da müssen wir auch rein. Filtration... Oh, Wahnsinn. Ist noch ein Schlüsselkasten? Ja, da ist ein Schlüssel. Hier müssen wir hin. Ja. Wollen wir jetzt wirklich weitermachen? Kommen Sie doch erstmal mit. Ja, ich komme mit. Das sieht ganz gut aus. Ja. Geht auf jeden Fall intaktes Silo. Oh, okay. Oh, ho, ho, ho. Alter. Versuchen Sie den Bereich zu lüften. Ich will den Mist nicht einatmen. Alter. Äh, gehe ich, na? Ja, ich sehe es. Oh, wie das hier weitergeht, Leute. Sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Und sofort loslegen wieder. Tschüss, bis gleich.